Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Layton und die verlorene Zukunft. Es geht weiter, wir sind im Hotelfoyer und äh... Die Dame an der Rezeption hat was für uns, die Margaret. Oh meine Güte, hallo, Sie müssen mir verzeihen, ich habe Sie gar nicht reinkommen hören. Willkommen im Hotel Duke, dem Haus mit dem modernsten Service? Mondänsten Service? Das ist ein Wort, okay. Und dem weltbesten Frühstück. Ich bin Margaret und verwalte das Hotel. Bitte zögern Sie nicht, meine Dienste zu beanspruchen. Okay, falls Sie etwas brauchen. Herzlichen Dank, gehören das Mittag- und Abendessen ebenfalls zu den weltbesten? Ah, anscheinend weilt ein kleiner Gourmet unter uns. Keine Sorge, junger Mann, mittags servieren wir Sandwiches aus frischem, fluffig-weichem Brot und zum Abendessen empfehle ich unseren Braten den besten der Stadt. Wissen Sie, Professor, ich habe es mir anders überlegt, ich finde es ganz gemütlich hier, bleiben wir. Hey, hey, gut, die Aussicht auf unsere Sandwiches zeigt Wirkung. Nun, wenn ich nur... Oh je, was ist los? Ich habe vier Stifte, aber ich glaube, nur einer von ihnen hat genügend Tinte. Wärst du so freundlich und würdest mir helfen, diesen zu finden? Okay, Dienste 13, der richtige Stift. Diese vier Stifte sind zwar sehr schmuck, aber nur einer von ihnen schreibt. Finde anhand folgter Hinweise heraus, welcher das ist. Alle vier Stifte haben momentan eine Kappe mit der falschen Farbe. Wenn die Kappen korrekt angeordnet wären, hätte jeder Stift einen weißen Teil. Okay. Der brauchbare Stift liegt gleich links von jenem mit der grünen Kappe. Alle vier Stifte haben momentan eine Kappe mit der falschen Farbe. Wenn die Kappen korrekt angeordnet wären, hätte jeder Stift einen weißen Teil. Das heißt, die Kappe kommt auf C. Und das hier kommt hier hin und die grüne Kappe kommt hier hin. Der brauchbare Stift liegt gleich links von jenem mit der grünen Kappe. Also ist es B. Nö. Es ist nicht B. Leute, es ist nicht B. Versteht es doch. Boah, gleich 10 Pikarat weniger. Alle vier Stifte haben momentan eine Kappe mit der falschen Farbe. Ja. Wäre die Kappe, wenn die Kappen korrekt angeordnet wären, hätte jeder Stift einen weißen Teil. Naja, die Kappe muss auf C. Das heißt, die kommt blau hin. Der brauchbare Stift liegt gleich links von jenem mit der grünen Kappe. Hä? Fangen wir mit der letzten Bedingung an. Wenn der Stift links neben jenem mit der grünen Kappe schreibt, dann gibt es nur drei Möglichkeiten für Position G, welche den Stift mit der grünen Kappe anzeigt. X, G, X, 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 G, X, 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 G. Ja, gut, das ist mir schon klar. Ja, ich weiß doch nicht, wo die grüne Kappe hin soll. Dicker. Was ist das für ein Rätsel? Alle Stifte müssen einen weißen Teil haben. Da nur C noch keinen weißen Teil hat, muss die weiße Kappe zur C gehören. Ja. Das habe ich auch schon rausgefunden. Hier, das heißt, die blaue Kappe kommt hier hin. Und links davon, wenn man jetzt vom Bild allein ausgeht, wäre D in dieser Dimension, aber links daneben ist ja keiner. Also nachdem, ich glaube, alle vier Stifte haben eine Kappe mit der falschen Farbe. Ach so. Das heißt, blau muss hier hin. Weiß hier, grün da, blau da. Warte mal. Weiß kommt hier hin. Dieses blau kommt hier hin. Und das grün kommt hier hin. Es ist B. Für mich ist es B. Wenn ich doch jetzt C und A tausche von den Kappen her. Dann habe ich hier blau, weiß, schwarz, grün, blau, schwarz. Ah, nee. B, C ist ja B. Okay, also hier weiß. Warte mal. Schreibe ich jetzt gleich mal auf. C, das ist schon mal sicher. Jeder muss ja eine verschiedene, muss drei verschiedene Farben haben, aber das steht so nicht in der Bedingung. Das verstehe ich nicht. C ist gleich, weiß, blau, schwarz. Das heißt, der blaue muss entweder auf das grüne Feld. Nee. Also D ist schon mal richtig. D ist auch blau, weiß, grün. Dann müssen wir nur noch A und B tauschen. Das heißt, A ist blau, weiß, schwarz und B ist grün, blau, weiß. Das heißt, es ist A. Ja, okay. Was? Warte mal, was? Verarsch mich doch jetzt nicht. Man, mich nervt jetzt, warum kommen denn immer so Kackrätsel, ey? Ja, zehn Pikarat, übertreib halt. Nächster Tipp. Folgst du Tipp 1 und 2, dann ergeben sich zwei mögliche Reihenfolgen, wobei jeder Buchstabe die Position der Kappe oder jeweiligen Farbe darstellt. B, G, W, B, Blau, Grün, Weiß, Blau oder Blau, 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 Weiß, Grün. Hä? Siehst du dir die verbleibende erste Bedingung erneut an, ist schnell klar, welche Kombination die richtige ist. Achso, von den Kappen. Blau, Gelb, Weiß, Blau. Blau, Blau, Weiß, Gelb. Schreibe ich mal so auf. B, G, W, B, oder B, B, W, G, oder B, G, B, oder B, G, B. Nee, Spaß. Okay. Blau, Blau, geht nicht. Aber wofür steht G? Grün. Blau, Grün, Weiß, Blau. Ja. Der brauchbare Stift liegt gleich links von jene mit der grünen Kappe. Es ist A. Aber A stimmt nicht. Es ist A. Was willst du von mir? Die Reihenfolge B, G, W, B erfüllt die erste Bedingung nicht. Warum denn nicht? Weil dann die Kappe von Stift D immer noch dieselbe Farbe hätte wie zuvor. Ja, aber passt doch. Wir haben hier Grün, Weiß und das. Also muss die korrekte Reihenfolge B, B, W, G lauten. Damit weißt du auch die Antwort. Also Blau, Blau. Also muss doch jede Kappe die Position wechseln. Hätte man auch wieder rausfinden können. Ey, Digga, ich bin so dumm. Es ist also C, Digga. Das ist meine Antwort. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ah, das ist er. Wenn sie jetzt so freundlich wären und sich eintragen würden. Sehr gerne. Alles erledigt, Herr Professor. Oh, und Luke. Becky wird sie beide auf ihr Zimmer begleiten. Okay, dann. Hallo. Ich zeige Ihnen nun Ihre Räumlichkeiten, Herr Professor. Ich heiße Becky. Falls Sie irgendetwas brauchen sollten, zögern Sie nicht, mich zu rufen. Wir kennen deinen Namen doch schon, Becky. Du hast ihn uns bereits vorhin verraten. Erinnerst du dich? Ich bin übrigens Luke. All diese Formalitäten sind wirklich gar nicht nötig. Übertriebene Höflichkeit ist mir unangenehm. Psst, meine Omi besteht darauf. Solange wir in Hörweite sind, muss ich förmlich bleiben. Hoppla, verstehe. Wohl an, wenn die Gentlemen soweit wären, geleite ich sie zu ihrem Gemach. Bitte folgen Sie mir. Ja, schön. Das Zimmer hat die beste Aussicht des ganzen Hotels. Da habt ihr zwei das große losgezogen. Haben Sie das gehört, Professor? Was für ein Glück wir haben. Ja, obwohl echtes Glück ist es eigentlich nicht, wenn ich es mir recht überlege. Ehrlich gesagt, seitdem wir dieses Gebäude gezogen sind, hatten wir keinen einzigen Gast. Also war das Hotel Duke früher in einem anderen Teil der Stadt? Das ist ein ziemlich heikles Thema. Ich sollte lieber nicht davon sprechen. Ich hoffe, ihr versteht. Aber sag mal, das war ja stark, wie du das Rätsel meiner Omi gelöst hast. Nicht schlecht. Danke, das ist nett von dir. Ja, ich muss zugeben, Rätsel sind schon meine Stärke. Meine auch. Hey, ich verrate dir was. Löse mir dieses Rätsel und ich sage euch den Weg zur U-Bahn-Station. Okay, jetzt machen wir es aber mal richtig ohne Super-Tipp und den ganzen Scheiß, Alter. Dreck, Alter. Aber was ist das wieder für viele Text, ey? Ey, Mann. Ich merke, ich habe gar kein Durchhaltungsvermögen gerade. Okay. Eine Frau sucht die U-Bahn-Station. Doch diese ist leider nicht auf der Karte verzeichnet. Nur die Universität, der Stift, die Bibliothek, Buch und der Blumenladen, Blümchen sind zu sehen. Vielleicht hilft der armen Frau ja der Hinweis auf der Kartenrückseite weiter. Um vom Blumenladen zur U-Bahn-Station zu gelangen, gehen sie einfach den gleichen Weg, den die Studenten von der Uni aus zur Bibliothek nehmen. Zack. Zack, 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 zack. Kreise das grüne Viereck ein, das die U-Bahn-Station darstellt. Zack, zack. Zack, zack. Voila. Das ist meine Antwort. Ja. Okay. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ja. Na gut, den Weg hätte sie auch gehen können. Sie hätten aber auch hier, hierin gehen können. Aber das ist wahrscheinlich kürzer, ja. Ja, okay. Naja. Sehr gut, ihr möchtet also zu U-Bahn, ja? Es ist gar nicht weit, aus dem Hotel raus, Richtung Osten und dann einfach der Straße folgen. Dann kommt ihr zur Flatstone Street. Geht dort nach oben, bis ihr auf die U-Bahn-Station stoßt. Danke, Becky. Ich glaube, ab jetzt finden wir uns allein zurecht. Oh, wartet, noch eine Sache. Und die wäre? Es ist zwar ein kleiner Umweg, aber ihr solltet durch die Arkaden gehen, wenn ihr aufbricht. Dort gibt es ein fabelhaftes Restaurant. Natürlich reicht das Essen nicht an unsere Köstlichkeiten heran, aber es ist durchaus gut. Die Arkaden? Meinst du den Bogengang westlich des Hotels? Als wir vorhin daran vorbeiliefen, versperrt uns ein Junge den Weg. Oh, du sprichst bestimmt von Max. Er hört auf mich und macht so ziemlich alles, was ich ihm sage. Sagt ihm einfach, Becky hätte euch geschickt, dann wird er euch schon durchlassen. Ausgezeichnet. Luke, lass uns Beckys Ratschlag folgen und durch die Arkaden gehen. Ja, erstmal gucken wir hier. Hier gibt es bestimmt noch eine Re... Ja. Da liegt eine Streichholzschachtel mit dem Namen des Hotels auf den Nachttischen. Ah, dabei fällt mir ein ganz sagenhaftes Schachtelrätsel ein. Willst du es mal hören? Aber natürlich. Oh, mit... Mit... Äh, Streichhölzern. Schachtelschichten. Zwei Jungs. A und B unterhalten sich darüber, wie viele Schachteln auf einem Tisch gestapelt sind. A beschreibt die Schachteln von oben betrachtet. B von der Seite. Doch aus seinen Erklärungen wird nicht deutlich von welcher. Ist es von vorne, hinten, links oder rechts? Keiner weiß es. Nenne die maximale Anzahl von Schachteln, die auf dem Tisch liegen können. Was? Hä? Was? A und B unterhalten sich darüber, wie viele Schachteln auf einem Tisch gestapelt sind. Ich kann es euch sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Oder was meinen die? Achso. Okay. A beschreibt die Stacheln. Die Schachteln von oben. Eins, zwei, drei, vier... Eins, zwei, drei. Sieben? Okay. Keine Ahnung. B von der Seite. Doch aus seinen Erklärungen wird nicht deutlich von welcher. Ist es von vorne, hinten, links oder rechts? Keiner weiß es. Nenne die maximale Anzahl von Schachteln, die auf dem Tisch liegen können. Also... Was? A beschreibt die Schachteln von oben betrachtet. B von der Seite. Also von oben sind es elf, haben wir ja gesehen. Hier ist ein Hinweis, dass es von vorne betrachtet. Ach, das meinen die mit von vorne. Ja, also die maximale Anzahl sind... Wenn das hier stimmt von vorne. Eins, zwei... Drei... Vier, fünf, sechs, sieben, acht... Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Wenn das von vorne betrachtet, sind es vierzehn. Das ist meine Antwort. Also, dann nochmal von vorne. Ich brech's jetzt play ab. Also, wenn's so sind, dann sind's vierzehn. Ach so, er muss das ja nicht von der... Okay. Also, von der Seite sind's vierzehn. Mal gucken, wie's von der Seite ist. Zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben... Acht, neun... Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Okay. Von der Seite... Eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs... Sieben, acht, neun... Zehn, elf... Zwölf, dreizehn... Vierzehn! Von der anderen... Zwei, drei, vier, fünf... Sechs, sieben, acht, neun... Zehn, elf, zwölf, dreizehn... Vierzehn! Es sind vierzehn. Was willst du? Hey. Stell dir vor, B würde die Schachtel von der rechten Seite betrachten. Damit die Seitenansicht von B maximal viele Schachteln hat, müssen die Reihen von links nach rechts so aussehen. Zwei Stapel mit zwei Schachteln. Drei Stapel mit drei Schachteln. Drei Stapel mit einer Schachtel. Zwei Stapel mit zwei Schachteln. Das Ergebnis insgesamt... Das ergebe insgesamt 20 Schachteln. Okay. Wie... Wie kommen die jetzt auf so einen Scheiß? Wie kommt man auf sowas? Woher haben die jetzt... Tch, keine Ahnung, Alter. Zwei Stapel mit zwei Schachteln. Ich schreibe mir das mal ab. Drei Stapel mit drei Schachteln. Drei Stapel mit einer Schachtel. Zwei Stapel mit zwei. Drei Stapel mit drei Schachteln. Das heißt... Wir hätten... Vier... Neun... Dreizehn... Vierzehn... 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 Zwanzig. Ja, ist damit jetzt die Lösung schon da oder was? Stell dir vor, B würde die Stapel von der rechten Seite betrachten. Damit die Seitenansicht von B maximal viele Schachteln hat, müssen die Reihen von links nach rechts so aussehen. Ja, also... Sind es dann 20, aber ich verstehe... Das ist meine Antwort. Ja, gut, da war klar, dass es nicht stimmt. Ne, Digga. Also, dann nochmal von vorne. Ne, nicht von vorne. Was ist... Nein, auch kein Tipps mehr. Was ist denn das für ein Dreck, Alter? Man, ich heule hier gleich. Aber, Luke, wer wird denn so schnell die Flint ins Korn werfen? Ja, ich. Weil es mich abfuckt. Ich fucken solche Rätsel ab. Ich möchte geile Rätsel haben. Ich meckere nur, weil ich es nicht verstehe. Ich weiß schon, aber... Ey. Es wird ein absolutes Rage und lächerliches Kack. Let's play, ne? Hier haben wir noch eine Münze. Kronleuchter. Nichts. Nur der Uhr. Hier oben. Hier im Bein. Am Teppich. Hier im Bein. Hier in den Mustern. Jawohl. Oh, junger Mann. Hast du einen Moment für mich? Hm, sprechen sie mit mir? Ja, das tue ich. Äh, Luke, stimmt's? Stimmt. Wie kann ich ihnen helfen? Oh, nichts von großem Belang. Es ist nur eine ganze Weile her, dass wir junge Gäste hatten. Deswegen möchte ich dich mit einem Geschenk willkommen heißen. Ein Geschenk? Für mich? Das stimmt. Ich habe gehört, dass dies bei den Londoner Kindern wieder schwer in Mode ist. Oh, das ist ein Spielzeugauto. Was ist mit dir, Becky? Hast du auch so eins? Ich? Ne, so ein kindisches Zeug ist nichts für mich. Oh. Ich meine, es ist nichts Schlimmes daran, sich für Spielzeug zu interessieren. Eigentlich ist dieses Auto perfekt für einen Jungen deines Alters. Nur zu. Viel Spaß damit. Klar, ich versuche es zumindest. Schau nicht so verdrießlich. Dreien, Luke. Das Sammeln von Spielzeugautos ist ein ehrenwertes Hobby für kleine Gentlemen wie dich. Ja, ich glaube, der Professor hat da nicht ganz unrecht. Siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Das Spielzeugauto-Minispiel ist jetzt im Koffer des Professors verfügbar. Okay. Neue Karte für dein Spielzeugauto erhalten. Margarets Morgenrunde. Du hast ein unfassbar tolles Spielzeugauto von Margarets, der Hotelbesitzerin, erhalten. Das ist das Mobil. Late Mobil. Wähle das Spielzeugauto-Minispiel im Koffer des Professors, um es auszuprobieren. Manövriere dein Auto über zahlreiche, mit Hindernissen gespickte Karten. Okay, schauen wir uns mal an. Keine Ahnung, was auf uns zukommt. Platziere die Teile so, dass dein Auto alle Gegenstände einsammelt und sicher zum Ziel gelangt. Die Art und Anzahl der Teile hängt von der jeweiligen Karte ab. Führe ein Teil von der Palette rechts bis zum gewünschten Platz, um es dort abzulegen. Jedes Kästchen auf der Karte bietet Platz für genau ein Teil. Teile lassen sich nur auf freiem Untergrund platzieren, wie etwa Gras oder Sand. Sie können nicht auf Brücken, Bäumen, Steinen, Wasser oder Schaltern abgelegt werden. Wenn das Auto auf ein Sprungteil fährt, hüpft es über das folgende Kästchen hinweg. Fährt es auf einen Pfeil, setzt es seine Fahrt in Richtung des Pfeils fort. Jedes überfahrene Teil verschwindet von der Karte. Wähle deine Startrichtung, indem du vor dem Losfahren das Autosymbol auf der Karte berührst. Zugbrücken kannst du nur dann passieren, wenn diese nicht nach oben aufgeklappt sind. Öffne und schließe Zugbrücken, indem du dein Auto über die gelben Schalter auf der Karte leitest. Boah. Püriere löschen, um alle platzierten Teile zurück in die Palette zu befördern. Sobald du mit deiner Strecke zufrieden bist, püriere Abfahrt. Wenn du alles richtig platziert hast, gelangt dein Auto nach seiner Sammelrunde sicher ins Ziel. Aber vergiss nicht, ankommen allein reicht nicht. Die Karte ist nur dann gelöst, wenn du alle Objekte auf der Fahrbahn eingesammelt hast. Stößt du auf ein Hindernis oder kommst du von der Karte ab, musst du es erneut versuchen. Insgesamt gibt es 10 Karten. Neue Karten kannst du in weiteren Spielverlauf des Spiels sammeln. Löse möglichst viele Rätsel, damit dir keine Karte entgeht. Wenn du alle Karten findest und löst, passiert dir was Tolles. Also wieder eine Sidequest. Karte spielen, keine Ahnung. Startrichtung. Machen wir nach unten. Okay, verstehe, verstehe. Kommen wir nicht so ins Ziel? Ah ne, wir müssen diese Ziele mitnehmen, ne? Dann geht's so hin. Dann gehen wir rechts. Ne, wir starten nach oben. Rechts. Oder starten wir doch nach links. So. Dann nach unten. Dann nach links. Dann nach... Äh... Oh, scheiß Fliege. Ne, das klappt so auch nicht. Nach unten. Ja, da sind wir in einem ewigen Loop gefangen. Ich glaube so. Ne, so macht Sinn. So, oder? Abfahrt. Let's go. Ja. Ja, das ist es. Cool. Das macht Spaß. Super, du hast die Karte Margarets morgen und erfreulich abgeschlossen. Okay, es gibt zehn Karten insgesamt. Schön. Bilderbuch. Haben wir neue Sticker. Das macht noch keinen Sinn, das irgendwie zu lösen. Oder zu versuchen. Ein Zylinder erregt aufsehen. Ohne Zweifel halten wir uns immer noch in London auf, aber trotzdem geschehen merkwürdige Dinge, seitdem wir den Uhrenladen verlassen haben. Die düstere alte Midland Road ist praktisch nicht wiederzuerkennen und mein Zylinder scheint den Bewohnern hier Anlass zur Konsternation zu geben. Ich habe das Gefühl, wir sind in einer Parallelwelt gelandet. Was um alles in der Welt geht, die Vorsicht. Die verfallene Bushaltestelle. Nachdem wir mit einigen Ortsansässigen gesprochen hatten, sind wir zur Bushaltestelle gegangen, nur um diese vollkommen verändert vorzufinden. Dabei standen wir vor wenigen Augenblicken anein und dieselbe Stelle. Das ist nicht London, das wird zu erkennen. Mein Gott, auch so haben wir alle die Zeit gereist. Ein zweiter Brief, ich kann es selbst kaum glauben, aber offenbar scheinen wir kurioserweise in London. Und dazu kommen wir dann, dass so ein Zehn Jahre später, als ich darüber koröberte, wieso etwas überhaupt möglich sei, erhielten wir einen weiteren Brief vom zweiten Luke, als ob der uns Ratlösigkeit spürgehaber. Laut diesem erlangten wir blablabla. Ey, Digga, ist so viel Text, Alter. Laut diesem erlangen wir im Green Hospital in der Auckland Lane mehr Klarheit. Zum Green Hospital. Anscheinend ist die U-Bahn das einzige Mittel, um zum Green Hospital zu gelangen. Auf die Einladung einer einfallsreichen jungen Dame namens Becky haben wir uns im Hotel in der Southern Street einquartiert. Dieses dient uns ab sofort als Ausgangsstation, von der wir uns zur U-Bahn, der Flatstone Street und dann zum Green Hospital bewegen werden. Schön für dich. Ich weiß nicht, ich finde die Story bisher auch super langweilig irgendwie. So, der Gangster. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst mich nicht anlabern? Was war daran so schwer zu verstehen? Zieh ab. Ja, nett auf jeden Fall. Gehen wir weiter rechts. Ah, da können wir noch nicht hin. Wenn wir durch die Arkaden zur U-Bahn wollen, müssen wir den anderen Weg nehmen. Okay, dann machen wir das mal. Da sind die Arkaden, da steht der Junge davor. Hallo, du bist Max, stimmt's? Dingeling, Ding Dong. Das ist korrekt, aber woher kennt ihr meinen Namen? Becky hat ihn uns verraten. Möp. Ungültige Antwort. Die herrische Becky hat euch also geschickt. Ich nehme an, ihr seid Gäste des Hotels. Ding. Äh, ich meine, ja, sind wir. Also beginnen die Arkaden mit diesem Tor dort. Führen sie auch zur U-Bahn-Station. Ding, Ding, Ding. Jawohl, das sind die Arkaden. Dort solltet ihr als erstes hin. Läuft ganz durch die Arkaden, um zur Flatstone Street zu kommen. Man kann sie gar nicht verfehlen. Geht dann ein Stück nach Norden und ihr werdet die U-Bahn-Station gleich rechts von euch sehen. Okay. Dankeschön. Wir passieren. Hier ist wieder ein Gangster und wir können hier rein in den Laden. Wir gehen aber erstmal, wir bleiben erstmal draus. Erstmal ganz ruhig bleiben hier, ne? Das ist noch ein Gangster, der hat safe wieder ein Rätsel für uns. Wahrscheinlich auch wieder so in der Art wie der erste Gangster. Nein! Da will ich nicht... Ah, das gibt's bestimmt zwei Rätsel. Äh, das soll's bret so. Okay, komm, wir reden mit ihm. Was guckst du so, halbe Portion? Oh, ähm, hallo, der Herr. Wir sind Ihnen nicht bereits vor dem Hotel begegnet. Was für ein Hotel? Ich stehe hier den ganzen Tag schmiere. Nicht, dass euch das was angeht. Ich würde mich ja verdünnisieren, wenn ich könnte, aber Bostro würde dann Fischfutter aus mir machen. Huch? Ich hielt sie für jemand anderen. Schönen Tag noch. Nicht so schnell, Börschlein. Du wolltest dein Schwätzchen halten, also gibt's kein Entkommen mehr. Den ganzen Tag hier rumzustehen, ist alles andere als aufregend. Also unterhalte ich mich ein wenig und löse... Äh, ja, unterhalte mich ein wenig und löse dieses Rätsel hier. Verflixte 7. 16. Ah! Okay. Hatte er dieses schon... Schon wieder? Okay. Wenn 7 Tage nach dem Tag vor 70 Tagen... What? Welche Tage ist dann 7 Tage vor dem Tag? 7... Okay. Alles klar. Alles klar. Schimmer in dein Leben. Wenn 7 Tage nach dem Tag vor 70 Tagen... Also wir haben den Sonntag. 7 Tage nach dem Tag. Das heißt, es ist ein... Auch ein Sonntag. Welcher Tag ist dann... Also heute ist ein Sonntag. Welcher Tag ist dann 7 Tage vor dem Tag? In 7 Tagen ein Samstag. Ein Samstag. Das ist meine Antwort. Ich muss wohl nochmal überlegen. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust nachzudenken. Könnte ich irgendwas cooles spielen? Ich kann echt nicht versprechen, dass ich dieses Respekt durchziehe. Ohne Scheiß. Ey. 7 Tage nach dem Tag vor 70 Tagen. Vielleicht werde ich das Respekt pausieren und wenn ich wieder Bock habe machen. Ich habe keine Ahnung. Gerade bockt es gar nicht irgendwie. Okay, wenn 7 Tage nach dem Tag vor 70 Tagen ein Sonntag war. Also Sonntag vor 70 Tagen war auch ein Sonntag. Oder? Macht doch Sinn. Und 7 Tage nach diesem Tag ist auch ein Sonntag. 7 Tage vor dem Tag ist auch ein Sonntag. Stimmt. Es bleibt ein Sonntag. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie bin ich jetzt aufs Samstag gekommen? Es ist immer so, ich komme auf eine dumme Lösung und dann checke ich irgendeine... Oh Mann ey. Es ist der Sonntag. Die Woche hat 7 Tage. Wenn du gefragt wirst, welcher Tag vor x Tagen war oder in x Tagen ist und du x durch 7 teilen kannst, dann ist es immer derselbe Wochentag. Ja. Paar, schon gelöst. Ganz toll. Und was soll ich nun den lieben langen Tag hier machen? Nicht nerven. Wir gehen rein. Er hat auch ein Rätsel. Vielleicht ist das lösbarer. Oh, ein hungriger Gast. Leider muss ich sie enttäuschen. Die Küche ist noch geschlossen. Damit unsere Gäste wissen, wann wir öffnen, stellen wir dafür eigens eine... ...Klapptafel vor die Tür. Ja genau, deswegen haben wir auch gesehen. Diese haben wir auch gesehen. Deswegen meinten wir, wir könnten hier eintreten. Seufz, Max ist ein echter Traumtänzer. Wie oft habe ich ihm gesagt, er soll die Tafel reinholen, bevor er spielen geht. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Möchten Sie sich setzen und warten? Wir stehen Ihnen schon in Kürze zur Verfügung. Ah, in diesem Fall kommen wir später wieder. Wissen Sie, wir sind ein wenig in Eile. Wie Sie wollen. Ich bin sowieso damit beschäftigt, Ordnung und all das Chaos hier zu bringen. Gibt es ein Problem, bei dem wir Ihnen vielleicht helfen könnten? Ach, es geht um die Hintertür. Die ist mit einem Zahlenschloss versehen, wissen Sie? Und das hat meine... Hey, wie oft muss ich eigentlich rülpsen? Und das hat meine Frau heute neu eingestellt, ehe sie zum Einkaufen ging. Sie hat mir ja eine Notiz mit der neuen Nummer hinterlassen, aber ich werde daraus nicht schlau. Hm, das ist wirklich ein Dilemma. Okay, es geht um den Code. Kriekel-Krakel. Ein widerspenstiges Zahlenschloss versperrt die Hintertür des Lokals und der Besitzer bittet um Hilfe beim Enträtseln der richtigen Nummer. Leider ist ein einziger Hinweis die hingekritzelte Notiz einer alten Dame, die berühmt-berüchtigt ist für ihre unleserliche Handschrift. Kannst du anhand der kryptischen Notiz die gesuchte Nummer herausfinden? Eins, zwei. Also das erste, die ersten zwei sind eins, zwei. Wie viele haben wir denn? Drei nur. Eins, zwei, drei. Ist es eins, zwei, drei? Weil ich erkenne hier halt hier die Eins, hier die Zwei, hier die Drei. Oder sind diese Striche gar keine Zahl? Zwei. Drei. Also ich erkenne hier eins, zwei, drei. Wird es wahrscheinlich nicht sein. Wie so oft. Aber ich sehe eins, zwei, drei. So sollte es stimmen. Naja, das war klar. War ja klar. Ich meine, wir müssen hier dumme Rätsel machen, die niemand checkt. Wir müssen ja den Leuten auf den Sack gehen. R, H, H, B. Irgendwie seitlich oder so. Oder auf den Kopf. Ah, nein. Es sind, es müssen tatsächlich die Buchstaben sein, aber halt die Zahlenfolge der Buchstaben. Warum denke ich nicht einfach ans leichteste? A, B, C, D, E, F, G, H. Das heißt, 8 ist der zweite. Äh, zwei ist die letzte. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. 18. Ne, das macht ja keinen Sinn. Wobei, vielleicht wird die 1 von der 18 übernommen irgendwie. Also 182. Einfach die. Könnte das sein? Ne. Wir kaufen mal einen Hinweis. Und wenn das nichts bringt, dann lasse ich das Rätsel auch sein. Ich kaufe nur einen Hinweis. Auf solche Rätsel habe ich gar keinen Bock. Da denkst, du denkst, da steht RHB, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Die Notiz kannst du auch auf eine andere Weise lesen. Ja, super. Danke für diesen Tipp. Also das ist eine 2 versteckt und eine 3, ganz offensichtlich. Und eine 4. 2, 4, 3. Jetzt sehe ich es. Hier ist jeweils der Strich, Strich, Strich. 2, 4, 3. Ja, okay. Mal sehen, ob das stimmt. Na. Habe ich etwas übersehen? Noch ein Hinweis. Da die Antwort eine Nummer sein muss, könnten die Striche dann nicht auch Zahlen sein. Und das am rechten Rand sieht das nicht wie ein Gleichheitszeichen aus. Ach so, es ist eine Rechnung. 121 minus 113. Aber da kommt keine dreistellige Zahl raus. Kommt 8 raus. Vielleicht muss es keine dreistellige Zahl sein. Oder? Leider ist der einzige Hinweis, äh, kannst du in der Gruppe schon die gesuchte Nummer herausfinden. Die, die gesuchte Nummer, also doch. Mal sehen, ob das stimmt. Ja. Ja, okay, eine Rechnung. Stimmt, ich habe schon gedacht, diese Striche, die sind nicht umsonst. Ja, eigentlich machbar. Wieder ärgerlich. Oh, dank Ihnen kann ich endlich wieder den Kochlöffel schwingen. Ihr nächstes Mal geht aufs Haus. Banane. Okay. Dann holen wir hier noch die ein oder andere Münze raus. Und dann verziehen wir uns auch wieder. Hast du noch was? Entschuldigen Sie, die Herren, die Küche ist leider noch kalt. Okay, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich, ja, natürlich werde ich schon weiter aufnehmen, aber es fuckt mich ein bisschen ab. Und dann würde ich sagen, geht es hier in der nächsten Folge weiter. Hier unten ist irgendwas. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Macht's gut und ciao.